Das Maximare übt offensichtlich nicht nur eine magische Anziehungskraft auf die menschlichen Besucher aus. In der Früh des 10. Juli entliefen einem Landwirt im Hammerosten drei Kühe. Eine von ihnen schaffte es bis ins Maximare. Nachdem die Schwarzbunte hochoffiziell das Portal durchschritten hatte, besuchte sie zunächst die Sportsbar. Danach hat sie offenbar die guten Angebote und die bunt beleuchteten Auslagen des Shops entdeckt. Der alarmierte Landwirt rückte mit Samm Verstärkung und Hänger an. Und mit gemeinsamen Kräften buxierte man das Tier letztendlich wohlbehalten im Gefährt.